6.30 Uhr, St. Wolfgang im oberbayerischen Landkreis Erding. Arbeitsbeginn für Manuela Sturz. Sie ist Juniorchefin eines Busunternehmens. Guten Morgen. Es ist Freitag. Freitag ist immer Großkampftag vor dem Wochenende. Alle Reisebusse fahren raus. Wir dienen uns erst mal dem Schulverkehr. Über die Woche ist viel Büroarbeit angefallen. Vor allem Dienstpläne schreiben wird immer komplizierter. Allein diese Woche haben sich vier Busfahrer krank gemeldet. Eigentlich würde ich lieber hier im Büro sitzen und alles andere organisieren oder meinen Vater in der Werkstatt. Aber momentan bleibt das ein bisschen auf der Strecke. Man ist viel auf der Straße eher und an der Front und versucht, alles zu bedienen. Und das wird dann nebenbei gemacht. Nun muss die Chefin selbst Kinder abholen und zur Schule bringen. Hallo, guten Morgen. Im Doppeldecker-Bus, so spart sie sich einen zweiten Fahrer, denn die sind kaum zu kriegen. Zwölf ihrer 15 Fahrer sind über 50, drei davon bereits im Rentenalter. Es gibt viele ältere Busfahrer, die gehen die nächsten Jahre alle in Ruhestand und es fehlt überall ein Nachwuchs. Aktuell fehlen laut Landesverband Bayerischer Omnibus-Unternehmen 2000 Busfahrer in Bayern. Bis 2030 könnten es sogar 15 Mal so viele sein. Vor Corona hatte Manuela Sturz die Personalprobleme noch im Griff. Doch während des Lockdowns standen Busse still. Fahrer waren in Kurzarbeit. Durch Corona haben sich viele auch umorientiert. Die Freizeit ist einem mehr bewusst geworden, dass es schön ist, wenn man am Wochenende zu Hause ist. Da haben wir leider einen Kollegen verloren, der hat die Branche gewechselt. Ihn finden wir in Wasserburg am Inn. Dort arbeitet der ehemalige Busfahrer Andreas Böhnl heute. Als Hausmeister. Früher ist der 58-Jährige vor allem lange Strecken gefahren. Bis nach Paris. Das ist ja die Arbeitszeit, man mag keine geregelten Arbeitszeit nicht. Du fährst einmal neun Stunden, dann fährst einmal zehn Stunden, dann bist du wieder einmal übers Wochenende fort. Oder vielleicht einmal sieben Tage fort. Und dann bin ich lieber daheim. Da weiß ich jetzt, wenn ich arbeite, fang ich um sieben an, hier um fünf in Nachmittag auf, Freitag hören wir eh auf. Und dann hab ich am Wochenende mehr Ruhe. Vom Reisebusfahrer zum Hausmeister. So wie für Andreas Böhnl war die Pandemie für viele Arbeitnehmer Grund für ein berufliches Umdenken. Und dann haben wir einen gesellschaftlichen Hang hin weg von den Randarbeitszeiten. Also man möchte gerne wochentags arbeiten, von Montag bis Freitag. Oder vielleicht sogar nur noch vier Tage in der Woche arbeiten. Das ist ein Trend, der liegt drüber. Vor allem aber nicht an den Wochenenden, nicht nachts und auch nicht an den Feiertagen. Aber selbst Hausmeister Alexander Linner sucht Mitarbeiter. Obwohl die Arbeitszeiten bei ihm gut sind. Am einfachsten sind noch die Leute zwischen 40 und 60 Jahren. Mein Beruf, alles was jünger ist, wird schwierig. Viele wollen ins Büro, also nicht die schwere handwerkliche Arbeit mehr machen. Und die, wo es bei uns auf dem Lande erlernen, also die Lehre fertig machen, die gehen dann auch viele in die Industrie. Industrie-Dreieck, Altötting zum Beispiel. Die zahlen einfach, ich sage einfach mal, 1-2.000 Euro mehr im Monat, mehr Urlaub, weniger Stunden zu arbeiten im Monat und dann hast du das Problem schon da. Wir haben jetzt die Zeit tatsächlich der Arbeitskräfte, der Mitarbeitenden, die sich ihren Arbeitgeber suchen können. Man spürt überall den Wettbewerb, auch der Unternehmen, um diese knappen Talente von den Auszubildenden bis hin zu den Rentnern, die man auch noch fragt, ob sie denn während der Rente wenigstens noch zeitweilig für das Unternehmen tätig werden können. Also die Unternehmen bemühen sich um die Mitarbeiter. Das ist gut für die Mitarbeiter, aber die Lücken, die sich insgesamt auftun, die sind schlecht für die Gesellschaft. Die auch mal Urlaub machen möchte. Arnschwang bei Karmender Oberpfalz. Das Hotel Brunnerhof, ein Vier-Sterne-Wellness-Hotel. Hier arbeiten Fachkräfte, die überall in der Hotel- und Gastronomiebranche händeringend gesucht sind. An der Rezeption. Im Service. In der Küche. Wir haben das Problem, dass manche Betriebe nur mehr vier Tage aufsperren können, weil es nur vier Tage Mitarbeiter gibt. Und das ist natürlich auch ein riesen wirtschaftlicher Verlust, der den Wirten und den Hoteliers zum Schluss fehlt. Andreas Brunner ist im Vorstand des Branchenverbands DieHOGA in Bayern. Er weiß, was er an seinen 97 Angestellten hat. Marina, würdest du das bitte die Tische ausrichten? Die sind ganz chips. Wir haben uns einfach auf die Fahnen geschrieben, dem Mitarbeiter mit einer sehr hohen Wertschätzung entgegenzutreten. Wir haben es geschafft, einen Dienstplan nach wünschenden Mitarbeiter zu schreiben. Das heißt, der Mitarbeiter sucht sich seine Arbeitszeit und seinen Arbeitstag selber aus und nach denen wird der Dienstplan geschrieben. Dieses Jahr hat er die Löhne bereits zweimal erhöht. Insgesamt um 15 Prozent. Zuvor musste Andreas Brunner Leute ziehen lassen. Ausgerechnet seine Metzgerei, die seit fast 70 Jahren zum Hotel gehört, musste er schließen. Der ehemalige Metzgermeister ist gegangen und fährt jetzt Taxi. Während seiner Kurzarbeit in der Corona-Zeit hatte Reinhard Gitterer viel Zeit zum Nachdenken. Die Rückkehr in die Gastronomie war ihm zu unsicher und vor allem zu schlecht bezahlt. Ich hab den Beruf 23 Jahre lang gemacht. Mir hat der Beruf wirklich Spaß gemacht. Aber es ist auf der anderen Seite eine Bezahlungssache, dass diese Berufe auch wirklich entsprechend bezahlt werden. Und das ist eigentlich nicht der Fall. Nebenher poliert Reinhard Gitterer noch selbstständig Autos und reinigt sie. Die knapp 1500 Euro Netto von früher übertrifft er jetzt. Ich kann mir halt meine Arbeitszeiten einteilen, weil ich arbeite halt dann gerne in der Nacht. Er will inzwischen nicht mehr zurück in die Metzgerei. Für die Branche würde ich fordern, dass das wirklich nicht nur Tarif bezahlt wird, sondern auch dann über den Tarif bezahlt wird. Und ich glaub, dass dann wirklich sehr viele Leute, die bei abgesprungen sind, wieder in ihren alten Beruf zurückkehren. Wer versucht mit Billiggehältern erfolgreich zu sein, wird es nicht nachhaltig sein, weil auch da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann das Unternehmen verlassen werden. So wie Reinhard Gitterer suchen sich viele gefragte Arbeitskräfte derzeit ihre Jobs aus. Unternehmerinnen wie Manuela Sturz müssen um neue Mitarbeiter buhlen und fehlende irgendwie ersetzen. Knapp 160 Kinder bringt sie heute selbst zur Schule. Pünktlich angekommen am Ziel ist es immer gut. Manuela Sturz setzt vor allem auf den Nachwuchs. Doch für sie ist es wie für viele andere Betriebe nicht leicht, junge Leute für eine Ausbildung zu gewinnen. Auch hier ist der Konkurrenzkampf unter den Unternehmen groß. 8.30 Uhr, zurück im Betriebshof. Hier macht der 15-jährige Nils ein Schülerpraktikum. Ein Azubi wie er wäre für Manuela Sturz eine große Erleichterung. Na, wie läuft's? Machst du Spaß? Ja. Ja, super. Ein weiteres Problem. Der Busführerschein kostet bis zu 8.000 Euro. Ich kenne viele Betriebe, viele kleine Busunternehmen, die würden gerne ausbilden, aber ihnen sind die Hände gebunden, weil sie sagen, ich kann nicht so viel Geld investieren. Und die Azubis sind danach alle weg, weil sie sich eventuell doch nochmal umorientieren wollen oder einen anderen Betrieb kennenlernen wollen. Und ich finde, da müsste die Politik ein bisschen die Weiche stellen, dass man hier einfach nochmal Unterstützung bekommt. Und ich denke, dann würden viel mehr ausbilden. Und das ist natürlich die Basis. Wenn ich keine Azubis habe oder zu wenige und immer mehr in den Ruhestand gehen, dann sind wir in der Situation, die wir jetzt haben. Quer durch alle Branchen. Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge ist seit 2007 abgestürzt. Von knapp 630.000 auf 470.000. Es kommen zu wenig junge Menschen nach. Der Kampf um Arbeitskräfte ist in vollem Gange. Für die Mitarbeiter bringt er neue Möglichkeiten. Doch für die Gesellschaft hat er Folgen. Wir müssen uns auf eine Mangelwirtschaft einstellen. Wir werden zu wenig Personal haben. Wir werden das merken, übrigens nicht nur im Gesundheitsbereich, im Pflegebereich oder in staatlichen Einrichtungen, wo man keinen Termin mehr bekommt. Alles wird teurer werden und uns werden die Menschen trotzdem fehlen. Alleine die Zuwanderung kann diese Lücke, die wir vor allem altersbedingt haben, nicht mehr schließen. Manuela Sturz hofft auf Schützenhilfe von der Politik, damit ihre Branche im Kampf um Arbeitskräfte konkurrenzfähig bleibt. Noch kann sie alle Linienfahrten bedienen, dank ihrer pensionierten Aushilfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017